ARD Text im Auftrag von Funk 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 Der Zombergeschichte Alter, ohne Spaß Was hab ich für ne KD 1,10, Junge Weil man hier so übel gespawnt Kämpft wird einfach nur Das ist der Wahnsinn, da machst du gar nix gegen Ja, da machst du echt nix gegen Jetzt mal ganz im Ernst Das Spiel, ey, ohne Witz Warum spielt man so ne Kotze? Kannst du halt mal verraten? Keine Ahnung Das ist wie, als wenn ich Wenn ich in ne Ecke kotze, ja Und da irgendwie noch ein Blümchen rein stelle Das ist noch schöner anzusehen als die Wichse hier Alter, oh Spaß Ich glaub, da wär die kürzeste Trashheit jemals, das tut mir furchtbar leid Aber dazu kann ich mir echt nicht lang geben Ich hab mir jetzt schon die Meinung gemacht, dass das schlechter als Wurf Team sein wird Ganz ehrlich Wir haben übrigens nen Hater gehabt, ja, letztes Mal Von wegen, wir würden ja nur noch Grafik bewerten, alles was ne scheiß Grafik hat Kriegt von uns irgendwie absoluter Bullshit Und so weiter, ja Da denk ich mir ganz ehrlich, Junge Das Spiel hier, ja, hat auch keine Premium Grafik Aber das Spiel kriegt berechtigterweise absolute Scheiße, Junge Boah, ich, ohne Spaß Das Spiel ist so kacke Wir haben jetzt noch nicht lange gespielt, war Alter, ich werd hier, ich werd hier gekillt Das kannst du dir gar nicht vorstellen Alter, ich werd auch den Typen haben Da, guck mal da, ich nehm jetzt hier nen Raketenwerfer So, ich hab 1,13 Hab ich jetzt geschafft, einen Kill zu machen Ja, war ein Lacker schon, oder was? Ja, weil die hier auch nur am Spawn Campen sind Oh, ist das Spiel schlecht Ne, da fällt mir nicht mal mehr was zu ein, Junge Da fällt mir nicht mal mehr was zu ein Boah, das Spiel kann so wenig, ja Ich hole einen Spaß Weißt du, ganz ehrlich Was ist, ganz, ohne Spaß Wie kann man denn solche behinderten Asozialen Maps bauen Wo man nur gespawned kämpft wird Oder gespawned raped Oder gespawned fickt Ist mir egal, wie man das nennt Weißt du, aber ich lauf hier raus Und krieg sofort nen Headshot, ey Weißt du, ganz ehrlich Ich hab das Gefühl Als wenn die Ersteller Weißt du, die Programmierer Ey, ohne Witz Dass die die letzten Cracknutten Von der Straße geholt haben Den ein bisschen Programmieren beigebracht haben Und sagt Für den nächsten Schuss Ja, müsst ihr hier das Spiel programmieren Ohne Witz, ey Weißt du, so viel Liebe haben die in das Spiel reingesteckt, ey Alter, ich meine, gut Entschuldigen Sie, ich will jetzt nicht hier auf Drogensüchtige, die davon wegkommen wollen Ja, schön, ja Ich weiß, ist schlimm Aber ganz ehrlich Das haben die die letzten Cracknutten hier zusammengefriedert Das Spiel Kann einfach nicht wahr sein, ey Alter, das Boah Das ist der Hammer Warum spielen dann Leute Guck mal, Junge Ey, ich war ganz ehrlich, Alter Was ist denn das für eine Scheiße Ich hab das Gefühl Die brauchen zwei Schüsse, um mich zu killen Und ich brauch mein ganzes Magazin, ey Ich hab gerade nie da gekrippelt mit meinen Fäusten Ja, haha, läpp mich mal mal an, Junge Boah, lass mich doch spawnen, ey Oh Spaß, ich sag mir die Trashlight, ja Wenn ich Zusammenschnitt machen würde, nur aus der Zeit, wo ich hier im Todesbalken bin, ja Dann wäre das wahrscheinlich fast so lange wie die komplette Trashlight Also, ich hab 3,21 Also jetzt mal ganz im Ernst, ne Ich hab, ich hab ja wirklich schon viele Evo-Shooter gespielt, ja So, da sind wir wieder, weißt ja, Premium-Spiel hab ich mich einfach rausgeschmissen Weil jedes Mal, wenn man irgendwo drauf drückt, ja, dann fick dich das in den Arsch, ey Ja, 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 ist okay Also nur, ob ihr wisst, ja, also hier, von wegen Trashlight, wir haben jetzt irgendwie 13 Minuten aufgenommen, usw., das gebe ich mir noch und dann habt ihr Pech gehabt, ja, tut mir furchtbar leid Aber es ist das schlechteste Spiel, mit Abstand das schlechteste Spiel, was ich bis jetzt jemals in der Trashlight gespielt hab, ja Das ist, da musst du eigentlich schlechter als Warrock für einführen, ja Das ist das absolut mieseste Game, was ich kenne So Ohne Spaß, da hat nächste Mal wieder richtig einen rausgehauen, ja, richtiges Premium-Spiel, ja, ohne Spaß, weißt du, da sitzen da irgendwelche kleinen, komischen Fucker, ja, mit ihren 6 Fingern, weißt du Ja, und dann redet mit der Tastatur rum, weil da bei einer rumkommt, ja, da scheißt man doch mal drauf, da hast du Warrock Das ist doch echt zum Kotzen Ja komm, mach mal Server 146 Was, sag ich, bin tot Ja, ich bin auch tot Das Spiel Mo, kann das Spiel wenig Das kann echt gar nichts Das Spiel kann wenig und das kann in 4, Junge Ohne Spaß, ja, wenn ich mir einen Sonnenbarn auf der Eichel zuhole, ja Und dann davon die Haut abpelle, das ist immer noch ein angenehmeres Gefühl, als das Spiel zu spielen Das ist echt das Letzte, das ist eine Beleidigung für jeden Gamer Ja, weißt du, es ist mir egal, wenn ihr jetzt irgendwelche Fingern kommen, na, ihr müsst das Spiel ein bisschen Zeit geben, ja Ja, genau Ohne Spaß, da, da, ganz ehrlich, da, keine Ahnung Da hau ich mir lieber den Pimmel ab, ey, ohne Spaß, ey, das ist doch das letzte Wichs-Game Ey, was für ein Aiming die hier teilweise haben, das ist der Wahnsinn, ey Kann ich meine Klasse ändern, ich will nicht mit dem Scheiß-Huren-Sniper spielen Ganz ehrlich, wieso spiele ich denn jetzt die ganze Zeit den Sniper, boah, ey Sag mal, irgendeine Taste, wo ich das ändern kann Da bin ich wieder Alter Ohne Spaß, da tut mir furchtbar leid, ja Das ist die kürzeste Trashline wahrscheinlich, die wir jemals hatten Das Spiel ist das schlechteste Spiel, was ich jemals gespielt habe Ich sage an euch, ja Wenn einer von euch nochmal so ein Spiel vorschlägt in den Kommentaren, ja Das kann nicht wahr sein, ja Da platzt mir gleich die Eichel bei, weißt du Das ist, das ist, das, das schlimmste Spiel, was wir gespielt haben bis jetzt Das kann nix, das kann noch weniger Das ist schlechter, ohne Spaß, selbst Wolf-Team ist dagegen Das World of Warcraft der, der Shooter, ey Das World of Warcraft der Shooter, ey Ja, ohne Spaß, Battlefield ist ein Scheiß dagegen, ja Also ohne Spaß, dass so wie Battlefield in COD derzeit stehen So ist Wolf-Team-Verhältnis zu Borok Borok ist einfach, weißt du, Borok ist so schlecht Das kannst du dir nicht geben Übrigens, ich möchte bitte, dass wenn du das zusammenschneidest Dass du den schlechter als Wolf-Team-Stempel mindestens dreimal einfügst Alter, ohne Spaß, der ist aber die ganze Zeit eingeblendet Also ganz ehrlich, Leute, das ist wirklich das absolut Ohne Spaß, das will ich mir gar nicht mehr geben Ja, weißt du, wir hatten ja in den letzten Wochen so viele schöne Spiele hier Ghost Recon, da hatten wir, also unabhängig, jetzt wartet man davon Klar, es sind Free-to-Play-Spieler, kann man immer sagen Ah, die kosten Geld, Pay-to-Win und so weiter Ah ja, genau, Item-Shop hier nochmal kurz gucken Ja, stimmt, Item-Shop, wo ist der? Das müssen wir noch gucken, auf jeden Fall, weißt du, jetzt will ich nämlich nochmal kurz drüber abreden, was für Motherfucker, die sind die alle Bargeld, Nexon Cash Ja, okay, weil ich mir die kaufe Wie lange kann ich die behalten? Ah, da muss man sich jetzt wieder über das absolut mega freundliche System von Nexon auf der Webseite hier durchschlagen, damit man da dann irgendwas kriegt Ja, ganz ehrlich, ihr könnt mir mal alle die Eier dutschen Ja, das ist das schlechteste Spiel, mit Abstand das schlechteste Spiel, was wir bis jetzt hatten Und da schreibt auch keiner in den Kommentaren was Gutes drüber, ja Ohne Spaß, sonst deaktiviere ich die einfach oder so, das ist mir scheißegal, ja In dem Spiel kann man nichts Gutes finden Das Spiel, das Spiel sieht, okay, ist älter, ja Das Spiel sieht scheiße aus, das Spiel steuert sich scheiße Da steht Nexon hinter, der dieses Quack-Hack-System hat, ja Das ist, das, weil ich könnte, weißt du, ohne Spaß Ich könnte gerade eben meine Festplatte kotzen Das ist phänomenal Und das Geilste ist, wenn du das installierst, dann meldst du dich auch nochmal wie ein Antivirus Weil du denkst, dass Nexon ein Virus ist, ja Oh ja, auf jeden Fall Boah, ohne Spaß, ich hab keinen Bock mehr Weißt du, nächste Woche, 19 Uhr, ihr könnt mal mal die Eier lutschen, ne Nexon, schlechter als Wulff-Tipp Genau, wenn ihr mit unserer Meinung zufrieden seid Auf jeden Fall Däumchen nach oben, wenn nicht Däumchen nach unten Und wir finden dann auf jeden Fall raus, wer den Daumen nach unten geht Ja echt, da kommt vorbei und fickt euch ins Knie, ey, das kann ich ja auch sein Das ist so schlecht, das Spiel Das kann nix, ey, weißt du Der Lademilschirm angucken, ja, oder diese Nühe Dennis, Dennis, Dennis Deine Nerven, schon sie einfach Aber wir sagen jetzt, bis nächste Woche, Samstagabend Wenn dir da Trashnet ist Und wir enden das ganz sofort Ja, schlechter als Wulff-Team Schlechter als Wulff-Team, eindeutig Ja, also da gibt gar nix gegen zu sagen Und, äh, ja, das war es eigentlich schon, oder? Ja, das war es auch schon, haut rein Ihr geilen Schnittchen und, äh, ich geh jetzt, ich geh jetzt erstmal ein paar Vaseline ein Ich muss jetzt, ich muss jetzt erstmal kotzen Ja, tschau Ich weiß, was schon besser ist, ich gehe jetzt noch Bretse Danke for Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020